Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hello there again oder This is where the fun begins. Ja, wir sind noch einmal zurück im Star Wars Universum. Beziehungsweise zu Obi-Wan Kenobi zur Abschlussbesprechung dieser Serie. Wir haben ja in den letzten fünf, sechs Wochen Recaps gemacht. Und mir persönlich hat das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich nicht nur mir, sondern auch meinem Kollegen Christopher. Hello there. Man wechselt niemals die Pferde auf halber Strecke. Natürlich bleibt das meine Begrüßung. Ja, schade, es hat nicht funktioniert. Und natürlich ganz in der Tradition unseres Obi-Wan Kenobi Recaps haben wir natürlich auch einen Gast hier mit an Bord. Und zwar nicht nur irgendeinen, sondern den mit Abstand größten Star Wars Fan der Tele-Stammtisch-Redaktion. Also man dürfte ja gemerkt haben in den letzten Wochen, dass wir wirklich hier einige Leute haben, die Bock auf Star Wars haben und sich auch ein bisschen auskennen mit der Lore. Aber ich glaube, ihnen allen setzt zumindest, was die Leidenschaft und Begeisterung immer noch angeht, der Till die Krone auf. Grüß dich. Einen schönen guten Abend. Danke sehr. Ja, wir werden natürlich jetzt nicht zu tief und verrückt und abnerdend in jedes Detail eintauchen. Das macht jetzt keinen Sinn und langweilt nur jeden. Aber ich freue mich, dass ich endlich mal mit euch ein bisschen quatschen kann. Ja, allein schon. Also ich meine, ich habe es ja gerade eben auch schon im Vorgespräch gesagt. Also wir haben ja wirklich schon einiges an Star Wars Content gemacht. Also ob es jetzt irgendwie hier zu Animationsserien, also da hatte ich ja letztes Jahr mit Boris und Patrick zum May the Fourth über die beiden Animationsserien Clone Wars und Rebels gesprochen. Da wolltest du ursprünglich auch bei sein, glaube ich. Stimmt, das war noch bei gefühlt wirklich allem und es hat nie geklappt aus diversen Gründen. Und deshalb freue ich mich jetzt wirklich mit dir über Obi-Wan Kenobi reden zu können oder generell über Star Wars. Aber bevor wir da so ein bisschen uns reinbegeben, in Tradition unserer Besprechung natürlich jetzt nur so eher kompakt, kurz und knapp. Wie ist das denn bei dir mit Star Wars? Wie kamst du dazu und warum kann ich das bis heute so sehr begeistern? Wie kam ich dazu? Ich war sechs oder sieben, also ich bin Jahrgang 89. Das kann ich aber verraten. Und mein Vater hat Mitte der 90er, bevor die Special Editions rauskamen noch, von seinem Bruder, von meinem Onkel, die Trilogie auf VHS angeschleppt. Und mein Vater, mein Vater hat das immer so gemacht, wenn er nicht genau wusste, kann das mir schon zeigen und nicht. Er hat mich immer angeteast. Er hat mir zum Beispiel mal bei Jurassic Park meinen T-Rex gezeigt, bei Independence Day, mal wenn dann irgendwas explodiert. Und halt bei Star Wars gleich Episode 5, wie die Läufer auf Hoth die Rebellen angreifen. Und das war insofern, also ich würde sagen, es gibt die Hochzeit und die Geburt meines Kindes und danach kommt diese Szene. Und das und dann, ja, habe ich ganz schnell alles weggeguckt. Dann kam, dann habe ich, ich habe CDs aus Zeitschriften gehabt, wo nach, als die Special Edition, die Special Edition rauskam, wo die zusätzlichen Effekte und Animationen analysiert wurden. Und ich habe alles auseinandergenommen. Ich habe Lego Star Wars natürlich gehabt. Ich habe damals schon ein paar Comics gelesen dann auch und habe mich da voll reingehängt. Also, und ich habe, das Coole war auch tatsächlich in der Grundschule hatte ich eine Klassenkameradin, mit der ich tatsächlich schon darüber sprechen konnte, was war anders in der Special Edition als in der Original-Originalfassung. Und das gepaart mit Spaceballs und die Referenzen auf Spaceballs und so. Das ging schon ganz, ganz, ganz früh los und hat mich nie losgelassen. Und dann mit Episode 1 als ersten Kinofilm. Als Kind ist Episode 1 übrigens absolut großartig. Ich mag ihn immer noch, aber was da abgefeuert wird, wenn man 10 ist, ist der Wahnsinn. Ja, kann ich, kann ich bestätigen. Ich bin Jahrgang 90. Ja, okay. Und dann hat es nicht aufgehört im Endeffekt. Also, ich habe dann alles aufgesaugt, außer Comics. Da bin ich jetzt wieder eingestiegen, seit Disney das wieder übernommen hat. Und deswegen finde ich die Kanon-Löschung vor 2012 auch ziemlich cool tatsächlich, weil mir da nichts verloren geht. Ja, und dann jetzt vor zwei Jahren mit meiner Tochter nochmal von vorne, mit ihr eingestiegen. Natürlich in der Reihenfolge 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9, so wie es sich gehört. Und da sind alle anderen Meinungen falsch, meiner Meinung nach. Ja, und das hat es nochmal auf ein anderes Level gehoben. Wenn sie da völlig durchdreht, weil Vader sagt, es ist, es ist Luke, er ist Luke's Vater. Und tatsächlich hat eine Tochter mit Tränen in den Augen bei Episode 6 sitzt auf dem Sofa und weint, weil Darth Vader jetzt stirbt, obwohl er gut geworden ist. Also, das waren ganz, nochmal als Vater ganz, ganz coole Momente. Das ist im Endeffekt runtergebrochen, das. Und die Welt ist einfach schön, weil es ist, es ist nicht so eine typische Sci-Fi-Star-Trek-Serie. Kein Hate, kein Hate, nur als Vergleich. Sondern du hast einfach so eine schöne, verzauberte Märchenwelt im Endeffekt, die dir alles bieten kann. Und auch gerade deswegen kann ich vieles verzeihen. Und vor allem, weil die OT einfach auch voll mit Mumpels ist, kann ich einfach auch vieles verzeihen. Da passiert so viel, was Quatsch ist, aber es ist einfach Hammer. Macht mir Spaß. Du hattest ja gerade die Special Edition erwähnt, weil die war ja vor ein paar Jahren, konnte man die als Laserdisc, glaube ich, kriegen oder irgendwie in einem DVD-Master. Aber was ziemlich scheiße aussah, hast du die auch zu Hause? Nee, ich habe die Original-Trilogie auf VHS, dann habe ich die Special Edition von Mitte, Ende der 90er auf VHS und habe im Endeffekt das Ganze nochmal auf DVD und auf Blu-Ray, aber auf Laserdisc nicht. Ich habe ein Hörspiel von 78 auf Schallplatte von Episode 4. Oh, wow. Das ist ziemlich cool. Wow. Ja, das ist tatsächlich ziemlich cool. Und ich habe noch die Special Edition DVDs, wo das originalste Original allererst, wie es ins Kino kam. Die waren auch ziemlich teuer tatsächlich, die DVDs. Ah, die meinte ich? Genau, ja, die habe ich auf DVD, aber nicht auf Laserdisc, ja. Okay, ja, das ist ja so eine Sache, die bekam man, glaube ich, zumindest in den USA irgendwie nur auf Laserdisc und das sah auch teilweise nicht gut aus. Nee, es sieht scheiße aus, aber es ist egal. Und ich habe jetzt vor ein paar Wochen meinen Ultimate Collector Series Millennium Falcon von Lego zu Ende gebaut und er sieht fantastisch aus. Gerne mehr Fotos, ja, in unseren Discord-Chat. Ja gut, damit haben wir dich ja, glaube ich, so ein bisschen festgezurrt als Star Wars-Nerd. Ja, unsere Meinung zu Obi-Wan kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer ja eigentlich ziemlich ausführlich. Also diese Casts hier sind auch teilweise sehr viel länger geworden, als das vorgesehen war. Ja, das ist auch schön. Ja, so ist das oft. Also ich muss auch sagen, es ist auch nicht so, dass wir uns mit Sachen zu lange aufgehalten haben, in meinen Augen. Und ja, wenn es das hergibt, why not? Da wäre jetzt aber so meine Frage, weil du es auch schon im Vorgespräch meintest, was hattest du dir denn so von der Obi-Wan-Kenobi-Serie erhofft? Also erhofft habe ich, dass es mich überrascht und dass es mir wirklich gut gefällt, weil ich finde, dass vor allem in den Prequels Ewan McGregor ein richtig geiler Obi-Wan ist. Und auch von seinem Schauspiel her, das ist einfach, deswegen fällt glaube ich auch das Anakin-Schauspiel so ein bisschen auf, weil Ewan McGregor einfach wirklich gut ist. Und ich wusste nicht, was auf mich zukommt, keine Ahnung. Ich, keine Ahnung, mit dem Trailer wurde ich dann wirklich tatsächlich ordentlich gehypt, weil ich die Inquisitoren auch total interessant finde. Ja, bei Rebels sind sie halt, das ist halt doch eine recht kindliche Serie im Gegensatz zu Clone Wars. Und ich wusste tatsächlich nicht so genau, was ich erwarten kann, keine Ahnung. Das ist schwierig, ich habe einfach nur geglaubt, dass es mir gefällt und das tat es. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so gesagt hatte, also der erste Trailer hat mich tatsächlich auch ziemlich gehuckt, vor allem die Musik fand ich halt großartig. Also da haben sie ja irgendwie eine Rendition sowohl von Battle of the Heroes als auch von Duel of the Fates gehabt. Und deshalb ist das dann umso ernüchterter gewesen, dass halt davon absolut nichts in der Serie zu hören war. Ja, das ist wahrscheinlich mein größter Kritikpunkt. Viele habe ich nicht, gerade durch den Trailer. Und jeder kennt diese Musik, das war ja unfassbar ein Trailer. Und dann erfährst du aber von diesem Soundtrack so gut wie gar nichts in der Serie. Und auch, habe ich auch letztens hier gesagt, als wir den abschließend geguckt haben, es bleibt auch selbst das Theme von Obi-Wan, was Williams ja extra komponiert hat, bleibt nicht hängen bei mir. Ja, ja. Aber trotzdem schließt sich dann mit Folge 6, wo dann die alten Themes kommen, dann doch irgendwie so ein bisschen der Kreis. Man wird zumindest ein bisschen belohnt fürs Warten. Das ist okay, das fand ich dann ganz gut. Aber ich hätte tatsächlich ein bisschen mehr von dem, was man kennt. Gerade weil wir haben Layer. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erhofft. Und gerade auch ein bisschen das Vor-Theme, also Binary Sunset ist das zum Beispiel, das typische Theme, hätte ich gerne hier und da mal eingestreut gehabt, ja. Das haben wir sogar in der letzten Mal zu sprechen, glaube ich, vergessen, Christopher, dass am Ende bei Layer auf Alderaan tatsächlich nochmal ihr altes Thema zu hören war. Also Imperial March hatten wir, glaube ich, erwähnt, aber das ist uns irgendwie durchgerutscht, weil wir uns irgendwie, glaube ich, zu sehr dann darüber unterhalten haben, was so aus unserer Sicht mit der ganzen Layer-Scory so ein bisschen das Problem ist im Hinblick auf den Kanon. Ich weiß nicht, hattest du denn auch so mitbekommen, dass die Serie ja schon relativ umstritten ist nach wie vor? Ja, also es ist ja bei Star Wars immer so, es gibt immer meistens zwei Lager. Einmal die, die es kacke finden und die, die es lieben. Aber bei Obi-Wan ist es ein bisschen, habe ich das Gefühl, sie ist ein bisschen versöhnlicher. Aber es gibt natürlich die, die sagen, ja, das passt hier nicht und das passt da nicht. Und gerade so am Ende mit dem finalen Kampf, warum tötet er ihn nicht? Warum treffen die sich zweimal? Und wieso passt das dann in Episode 4 mit dem Spruch, endlich treffen wir uns wieder und so? Das ist alles für mich in der Serie extrem gut erklärt, tatsächlich. Also ich finde tatsächlich Episode 4 jetzt im Nachhinein nochmal ein Stück besser und emotionaler als vor Obi-Wan. Eine ähnliche Stoßrichtung hatten wir in der letzten Folge, was das angeht. Sonst, Christopher, du kannst es ja gerne nochmal rekapitulieren. Ja, halt inwiefern, also das hattest du ja, glaube ich, angesprochen, inwiefern die Serie tatsächlich an der Stelle, wo man es eigentlich befürchtet hätte, dass es das eher entmystifiziert, dass es das tatsächlich besser und greifbarer, also mehr ausgebaut hat, als man dachte. Ja, das war ja die finale Konfrontation, die die beiden hatten und was da gesagt wurde von seitens Anakin slash Vader, war einfach großartig, dieses, wie es überging in, von einem gewissen Standpunkt aus, habe ich dir die Wahrheit gesagt, was Obi-Wan immer benutzte. Wenn er halt sagte, Darth Vader hat Anakin Skywalker getötet. Und das hat es ja noch ein bisschen untermauert, denn er hat es praktisch von ihm persönlich gehört und das dann so übernommen. Und das, das war großartig. Da hat mich dann das auch nicht mehr gestört, wie kann das denn zusammenpassen in Episode 4 mit ihrer Konfrontation im Todesstern. Aber da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das ist ja ein eventueller Übersetzungsfehler. Von wegen dieses, als ich euch verließ, war ich euer Schüler. Aber er sagt im amerikanischen Original ja nie euer Schüler. Er sagt, ich war noch ein ziemlicher Lerner oder ein ziemlicher Schüler. Deswegen kann man das so stehen lassen. Daran habe ich mich nicht gestört. Aber wie gesagt, der Obi-Wan-Vaylor-Konflikt wird durch diese Serie nicht zerstört, beziehungsweise die Kontinuität wird da meiner Meinung nach nicht platt gemacht. Ein anderes Problem wiederum ist ja die ganze Leia-Geschichte. Da wurde ja ein ganz neues Loch aufgemacht, womit man nicht gerechnet hat. Das ist ja das Komische. Das hatten wir, glaube ich, dann auch im Finalecast gesagt. Die Befürchtung, die man hatte, was da zerstört wird, wird nicht zerstört. Dafür öffnet die Serie aber neue Plotholes. Und das ist ziemlich seltsam. Welche fallen euch ein? Ja, die Nachricht in erster Linie. Wenn Obi-Wan und Leia sich schon gekannt haben, dann macht die Nachricht, die sie in R2 einprogrammiert, irgendwie nicht wirklich Sinn. Ach so, oh ja. Also halt, wie sie formuliert ist, das klingt halt nicht wie ... Also so wendet man sich halt nicht an jemanden, der einem x-fach das Leben gerettet hat. Und ich meine, klar, es kam dann auch oft dieses Argument, ach ja, die war ja noch irgendwie ein kleines Kind. Man erinnert sich ja auch nicht immer an jeden, den man als Kind getroffen hat. Aber die hat ja wirklich ... Also die hat ja wirklich viel mit dem erlebt und viel durchgemacht. Also das kann die unmöglich vergessen haben. Und die sagt ja auch nicht ... Also halt schon diese Distanz, die die da hat in der Nachricht. Du merkst halt, dass das nicht in der Story einfach so vorgesehen war. Ja, das ist richtig. Andererseits, es ist halt schwierig. Man kann sich alles in jede Richtung immer zurechtbiegen. Ich sehe es so, dass man es als Kalkül, also sehr berechnend sehen kann von Leia. Weil er hätte gesagt, ey, Obi-Wan, was geht? Du hast mir so auf das Leben gerettet. Jetzt brauche ich mal deine Hilfe. Wenn die Nachricht abgefangen wird, verrät das dem Imperium, gibt es dem auch viel zu viel Information. Also es ist eine gewollte Distanz, die Leia da aufbaut in der Nachricht. So kann man es auch sehen. Deswegen, das sind so Sachen, daran stoße ich mich nicht. Das ist halt schwierig. Du kannst es nicht perfekt machen. Sie haben jetzt manche Dinge gut gelöst. Die haben das Plottoil oder Schwachsinnspunkt, das Episode 4 mit dem Torpedoloch, haben sie mit einem ganzen Film gefüllt, der auch gut war. So ist es ja nicht. Weil er gut war, hat Disney auch kein Hate kassiert, deren Glück. Deswegen finde ich es jetzt schon wieder so ein bisschen schwierig, an welchen Stellen rumgemeckert wird. Das ist so ein bisschen, je nachdem, wer wie gerade Lust hat. Zum Beispiel dieses Ganze, dass Palpatine wiederkommt in der neuesten, in den Sequels, in der Sequel-Trilogie. Aha, ja. Mit dem ganzen Klon und so. Für mich ist es total in Ordnung, weil Palpatine ist die Klammer von 1 bis 9. Er war immer der Strippenzieher, aber das ist ein anderes Thema. Und jetzt versuchen sie auch mit Obi-Wan so ein bisschen und auch wie in Mando schon, dieses Klon-Thema weiter zu spinnen und zu zeigen, hier, das ist doch der Plan gewesen schon immer. Genauso wie sie mit Rogue One das Plothole aus Episode 4 gepflegt haben. Das ist alles für mich schon in Ordnung. In diesen Bernstein-Kammern, wo diese Junglinge und Jedi waren, das sind ja, warum hebt man die auf? Wahrscheinlich zum Testzwecken. Ja, das ist aber auch so ein bisschen mein Problem auch schon bei Mando gewesen, dass solche Sachen immer nur als so eine Randnotiz reingeschmissen werden, die für sich genommen zwar interessant ist, aber die letzten Endes eigentlich zur Handlung nichts beiträgt. Und ja, irgendwie, also da wird irgendwo auch Potenzial verschenkt an der Stelle. Und da merkst du auch, dass da, also bei Mandalorian merkst du auch, ja, dass das irgendwie so Ideen sind, die sie einfach mal mit einbringen. Aber so wirklich richtig zu Ende gedacht ist es nicht, beziehungsweise hat einfach nicht wirklich die Relevanz für den Plot. Und das hat sich hier auch noch mal leider wiederholt. Aber generell können wir ja mal darüber reden. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob du das so mitbekommen hast, dass diese Serie ja auch ein ziemliches Sorgenkind war, lange Zeit. Ja, habe ich es am Rand mitbekommen. Ja, das stimmt. Aber viel habe ich da nicht mitbekommen. Ja, ich habe da halt einige News drüber geschrieben. Und das war schon hart, als dann im Frühjahr 20 die Nachricht kam, ja, die haben so und so viele Leute in den Pinewood Studios nach Hause geschickt. Und der Dreh ist um ein ganzes Jahr vertagt. Mhm, ja. Und das war ja auch nicht wegen Corona oder sonst was. Das kam ja dann später dazu. Aber da dachte man sich auch schon, oh, war ja, da liegt irgendwas im Argen. Und auch wenn Ewan McGregor das als Produzent so ein bisschen kleinreden musste, natürlich auch so PR-mäßig dann, scheint es da schon gekracht zu haben. Und du siehst ja auch bei einigen Folgen, ich meine, es gibt hier Folgen, die haben vier Drehbuchcredits. Mhm. Und dementsprechend fühlt es sich auch manchmal so an. Also es wirkt an manchen Stellen nicht so wirklich rund. Aber auch so von der Schreibe her. Weil also die Serie, die kehrt sich zum Beispiel doch für meinen Geschmack zumindest ein bisschen zu schnell davon ab, dass Obi-Wan so desillusioniert und abgekämpft ist. Also in der ersten Folge hat mich das halt zum Beispiel gestört, dass zum einen dieses, ich bin jetzt hier alleine, der Jedi-Orden ist im Arsch. Die halten mich alle für tot und ich verstecke mich jetzt hier besser. Und dann geht er aber direkt zu Owen Lars und sagt, ja, also irgendwann muss er aber unterwiesen werden. Und dann dachte ich mir so, ja, was denn jetzt von beidem? Ja, unterwiesen, damit er einfach nicht sich selber verliert in der Macht. Und wer es nicht kontrollieren kann, landet ja nicht auf der Hellenseite. Das wissen wir ja alle. Das fand ich okay. Also hat mich jetzt nicht gestört. Für mich schlagen da einfach vor allem, was das Drehbuch angeht, da irgendwie zwei Herzen drin. Also es ist ja, es ist sehr auffällig, dass der ursprüngliche Drehbuchautor Hossein Amini, der ja zum Beispiel auch die Skripte zu sowas wie Drive geschrieben hat oder auch zur Serie The Alienist, dass der hier oft einfach noch einen Drehbuchcredit hatte. Und du merkst vor allem, dass dieser Joby Harald, der dann ja angeheuert wurde, also diese vierte Folge, die ist halt die erste, wo er wirklich im Alleingang was machen muss mit seiner Co-Autorin Hannah Fridman. Und es geht halt wirklich nach hinten los an der Stelle. Also das ist Flickwerk gewesen. Und ich muss auch sagen, also wer das, Christoph hat es ja sehr, sehr oft auch gesagt, dass man sich immer mal wieder vorgestellt hat, dass das im Grunde einfach ein gestückelter Kinofilm ist. Folge vier hättest du eigentlich komplett rausschmeißen können. Ja, mir hat Folge vier eben Spaß gemacht. Es hatte halt wirklich Fuck-Yeah-Star-Wars-Momente, insbesondere mit Obi-Wan selbst und wie er wieder zu sich findet. Dass das Episode vier inhaltlich besonders dünn war, vielleicht die dünnste von allen, ja, obwohl in Episode fünf hattest du auch nicht sehr viel mehr, eigentlich nur eine Belagerung und das war's. Deswegen kann ich nicht hundertprozentig inhaltlich sagen, dass man die hätte rausschmeißen sollen. Aber ja, also in jeder Folge konnte ich das niemals abstellen. Ich hatte das ständig in meinem Hinterkopf, das hätte vielleicht ein Film sein sollen, das hätte vielleicht ein Film sein sollen. Vor allen Dingen hätte man hier ... Dom, du hast dich sehr oft dagegen gesträubt, dass Fans gesagt haben, die Serie hätte auf Tatooine spielen. Ja, ja, tue ich immer noch. Ja, hätte die Serie aber auf Tatooine gespielt und wir hätten keine Leia und keinen Vader hier gehabt und wir hätten einfach nur ein Abenteuer mit Obi-Wan auf Tatooine gehabt, während er Luke im Blickfeld hat, während er trainiert mit Qui-Gon Jinn und immer noch eins ist mit der Macht, dann hätte sich das hier vielleicht inhaltlich nicht so sehr im Kreis gedreht. Das ist etwas, was mir selber nicht so konkret auffiel. Das war in einem Video, in einer Kritik, die ich vor Kurzem dazu gehört habe. Dass wir hier uns ja eigentlich inhaltlich, was Obi-Wan als Charakter betrifft, eigentlich einmal um die eigene Achse gedreht haben. Weil sieh mal, am Ende von Episode 3, wie ist das Setup? Obi-Wan ist ein Einsiedler auf Tatooine, soll Luke im Auge behalten und soll sich darauf vorbereiten, mit Qui-Gon in Kontakt zu treten und zu trainieren. Dann hat er das aus irgendwelchen Gründen komplett verloren und arbeitet in diesem Schlachthof. Und die Serie endet womit? Obi-Wan bereitet sich vor auf das Einsiedlerleben auf Tatooine, behält Luke im Auge und bereitet sich darauf vor, mit Qui-Gon in Kontakt zu treten und zu trainieren. Wir sind genau dahin zurückgegangen, wo wir am Ende von Episode 3 waren. Und gewonnen haben wir eigentlich nichts. Ich würde aber eigentlich nur sagen vom Schauplatz her, weil er hat ja schon eine Entwicklung durchgemacht. Also er hat wieder zur Macht gefunden. Er hat seinen Lebenswillen, seinen Kampfeswillen wiedergefunden. Dadurch, dass er die Reise gemacht hat, kann er ja dann letzten Endes mit Qui-Gon connecten. Und er hat ja auch schon vorher, also ich meine, es hat ja auch seinen Grund, warum er so abgetakelt und desillusioniert war, weil er eben halt zehn Jahre auf diesem Wüstenplaneten mit Schuldgefühlen gelebt hat. Und die ist er ja auch los. Ja, genau. Das ist, glaube ich, fast der wichtigste Punkt, dass er die Schuld, dass er wieder im Reinen ist mit sich selber. Nachdem Anakin in all seiner Wut und all seinem Hass aber auch gesagt hat, dass er, Vader hat, Anakin getötet. Ja, das ist natürlich auch einmal Bezug nehmend auf Obi-Wan in Episode 4 im Film. Aber auch einfach, dass Obi-Wan jetzt auch diese Last genommen wird. Nur am Ende von Episode 3 war er eigentlich nicht gebrochen. Er war immer noch gefasst und er hat gesagt, okay, wenn wir das jetzt so machen müssen, dann müssen wir das so machen. Und zu sagen, ja, er hatte ja trotzdem hier eine Reise und eine Entwicklung hinter sich gehabt. Gut, aber um das haben zu können, musste man eigentlich den Obi-Wan-Charakter, was die Entwicklung betrifft, ein bisschen zurückschrauben, um ihn dorthin zu bringen, wo er eigentlich schon am Ende von Episode 3 war. Also ich finde das nach wie vor ein bisschen faul. Ja, aber es macht ja Sinn, den Charakter so zurückzuschrauben. Wie gesagt, er hat zehn Jahre lang in der Wüste gelebt. Völlig isoliert eigentlich auch. Mit der Ahnung, dass wahrscheinlich irgendwie, oder einfach halt mit der Befürchtung, dass der ganze Orden wirklich tot ist, dass er gefühlt der letzte Jedi ist, abgesehen vielleicht noch von Yoda, von dem er aber irgendwie auch nichts hört. Naja, geht ja auch nicht. Das ist ja das Problem. Obi-Wan muss ja im Endeffekt seine Präsenz runterschrauben, um nicht gefunden zu werden. Das gleiche macht Yoda auf Dagobah. Und das gleiche macht ja auch Luke in der Sequel-Trilogie. Die gehen ins Exil. Die gehen ins Exil. Aber du kannst nicht noch krass Jedi-mäßig da rumüben und Steine schweben lassen und was weiß ich was. Weil dann haben dich eins, zwei, drei, hatte ich gleich Vader und der Imperator und die Inquisitoren. Das finde ich schon einen logischen Schritt. Ja, Yoda war gut drauf, nach wie vor. Ja. Da sehe ich dann halt eben den Widerspruch zu seiner Handlungsweise in der ersten Folge ja halt, wo er dann sagt, ja, er muss unterwiesen werden. Weil ich meine, wie will er den denn zum Jedi ausbilden? Weil dann fällt das ja so oder so auf. Aber ich hätte noch einen anderen Aspekt, auf den wir kommen könnten. Es sind ja auch viele tatsächlich angesäuert. Also Chris hat es ja gerade schon gesagt. Viele hatten sich aufgrund der Trailer eine Serie erhofft, die nur auf Tatooine spielt und die sich um Young Luke und Obi-Wan dreht. Und viele fühlen sich jetzt auf Deutsch gesagt verarscht, weil sie halt förmlich eine Leia-Serie untergejubelt bekommen haben. Wie denkst du denn darüber, Till? Naja, das ist halt die Erwartungshaltung. Wenn ich das erwarte, dann ist das so. Aber man hat im Trailer schon gesehen, dass es nicht nur auf Tatooine spielen wird. Und ich finde es auch gut. Wir haben sehr viel Sand gehabt in den letzten Jahren. Also wirklich, wirklich sehr viel Sand. Das ist klar, der Startplanet ist immer Tatooine beziehungsweise Jakku, es ist immer Sand. Anakin lebt da, wird zum Jedi. Luke lebt da, wird zum Jedi. Rey lebt da, wird zum Jedi. Das ist im Endeffekt immer das Gleiche. Und das ist, da kann ich gleich den Bogen zu dem George-Lucas-Zitat und wie Ende der 90er, it's poetry, it rhymes. Ja, ja. Das ist nicht nur Episode 1 bis 3, 4 bis 6 und 7 bis 9, dass das immer sich irgendwo wiederholt, sondern das ist auch Obi-Wan, die Serie im Ganzen. Du hast jede Folge entspricht, in Anführungsstrichen, aber es spiegelt Elemente aus der jeweiligen Episode wieder. Und das ist das, was ich zum Beispiel richtig, richtig, richtig cool finde. Wann habe ich das bemerkt? Ich glaube, bei Folge 3 oder 4 habe ich das dann bemerkt irgendwie. Und dann wusste ich schon, okay, bei Folge 5, ich bin gespannt, wie jetzt die, an Anführungsstrichen, Rebellen auf das Imperium treffen. Irgendwas muss sich ja da überschneiden. Das ist nie 1 zu 1. Du hast in Folge 2, hast du zum Beispiel zu Episode 2, in Episode 2 trifft Obi-Wan das erste Mal Klonkrieger und sieht das erste Mal in der Serie einen Klonkrieger. Das Ganze in so einem abgewrackten Drogensumpf, genauso Drogensumpf, den er auch auf Coruscant mit Anakin wiederfindet, als sie den Kopfgeldjägerjagen der Padme angegriffen hat. Und das spinnt sich die ganze Zeit so weiter. Und Episode 4 zum Beispiel und Folge 4, da hast du auch relativ viele Ähnlichkeiten, bis hin zu am Ende, wo Vader zu Tarkin sagt, na ja, ich habe einen Peilsender daran gehauen ans Schiff. Das sagt ja dann Reaver auch zu Vader. Ja, das fiel uns auch auf tatsächlich. Absolut. Und das finde ich richtig geil, weil diejenigen, die es bemerkt haben, und so war es bei mir, ich konnte dann ab Folge 3, 4 überlegen, okay, wie stellen sie das dar? Und das hat mir wirklich gut gefallen. Ja, ist so ... Diese Spiegelung. Ja. Weil das ist auch Star Wars. Das ist Episode 1 bis 3, 4 bis 6 und 7 bis 9 zeigen im Endeffekt immer das Gleiche mit anderen Schwerpunkten so. Ja, das hatte ja auch ... Also, als wir Britt-Marie in der Sendung hatten, war das ja, glaube ich, wirklich das A und O. Schöne Grüße an die Kollegen. War eine sehr, sehr schöne Sendung. Aber also, das gehört natürlich irgendwo immer auch dazu. Also, ich mochte es auch tatsächlich wie ... Ja, schon wirklich ganze Dialogzeilen aus ... Vor allem aus den Prequels hier halt wieder Verwendung fanden. Und es passte schon an den Stellen. Also, es wirkte auf mich auch nicht erzwungen. Ich muss auch sagen, ich hab auch selber durchaus so eine Schwäche für so, ja, Metaspielereien, Spiegelungen und so weiter. Also, mehr dazu in unserem Westworld-Cast. Ja, Memo an mich selbst, ich hab immer noch nicht Staffel 1 geguckt. Ja, dann aber mal hootig. Aber Staffel 4 hat ja jetzt erst angefangen, na ja. Ja, es ist vielleicht, also, du hattest ja grad schon gemeint, also, die Trailer haben natürlich gezeigt, dass es nicht nur auf Tatooine spielt. Aber man muss sagen, und wir waren ja auch wirklich überrascht in der ersten Besprechung mit Werner, dass, ja, dass Leia hier plötzlich auftaucht. Weil die war ja wirklich aus der Kampagne komplett rausgehalten worden. Und das war dann schon überraschend. Aber wir mochten es ja tatsächlich. Ich auch. Die Kleine ist ja der Wahnsinn. Ja, die ist super. Die ist so toll und so putzig und so süß. Und mal abgesehen von der lame Verfolgungsjagd, die alle ... Oh, ja, ja. Da sind wir bei It's Poetry, It Rhymes. Wir haben auch eine lame Verfolgungsjagd bei Boba. Also, von daher ... Ja, aber das war nur ein Next Level, wirklich. Das war die am schlechten ... Auf jeden Fall. Das war der erste Moment, wo ich wirklich Bedenken bekam. Weil das war der schlechteste, ohne Übertreibung, war das der schlechteste, inszenierteste Moment der ganzen Serie. Ja. Die anderen waren schlecht geskriptet, ja, ja. Ich war auch sehr überrascht, ja. Und als die Kamera über Alderaan ging ... Also, dieser Planet sieht ja so schön aus. Ich hab Alderaan nur gesehen in diesem Online-Rollenspiel damals, 2011. Da bin ich darum gestapft und fand das schon toll. Aber das sah so toll aus, wirklich. Also, da hab ich auch wirklich, wirklich Gänsehaut bekommen. Aber, ja, großartig. Obwohl wir da auch schon bei einem anderen Aspekt sind. Viele stört ja tatsächlich der Look der Serie. Und halt auch ... Es gibt ja große Kritik an der Inszenierung von Deborah Chow. Also, vor allem, dass die Action irgendwie nicht so richtig funktioniert hat an vielen Stellen. Und das ist ja irgendwo eine Königsdisziplin von Star Wars. Oder, ja, also, hier ... Ich glaub, Kenny hat das auch kritisiert, Christopher, ne? Die, die, äh, Shaky Cam. Ja, die Shaky Cam. Wobei ich mit der Shaky Cam kein Problem hatte. Aber was die Action betrifft, ja, das war einfach irgendwie ein bisschen lahm. Ich find, das ist das beste Wort, um es zu beschreiben. Wir sind das aus den Filmen und auch bei Mando und so weiter gewohnt. Dass Star Wars-Action-Szenen sind immer pure Überwältigung der Sinne. Es passiert so viel auf einmal in so einem Mordstempo, was dir immer um die Ohren gehauen wird. Blasterschüsse, Lichtschwerter, Explosionen, Kämpfe. Und hier war das einfach lahmarschig. Und ich kann mir nicht erklären, woran es liegt. Das ist eine gute Frage. Ich fand's nicht so schlimm. Also, ich bin, wenn die Kamera nicht stimmt, normalerweise auch sehr mäkelig. Vielleicht, und ich geb das ganz ehrlich zu, vielleicht hat mich auch einfach das, ich mich selber geblendet in meiner Leidenschaft zu Star Wars. Ich wär wahrscheinlich viel kritischer, wenn das irgendeine andere Serie wär. Das ist auch, das ist einfach so. Aber die Action in Folge 5, wenn dann das Imperium ankommt, das fand ich richtig cool, die Schießereien. Das fand ich gut. Und auch die Lichtschwertkämpfe und die Variation in dem, was man sieht, das ist vor allem das, was ich so gefeiert habe. So, die Lichtschwert-Action zähle ich. Einmal der Kampf Darth Vader-River, einfach um zu zeigen, wie übermächtig jemand sein kann. Ja. Das war ohne Lichtschwert gegen dann auch Doppel-Lichtschwert. Das war Wahnsinn. Einfach nur mit der Macht die Dinger gestoppt. Und dann das, was man in Folge 6 gesehen hat, die Lichtschwert-Action, das fand ich gut. Also auch die Choreografien nicht so drüber wie in Episode 3. Dennoch hat man so ein paar Nonsense-Wurbler-Schwurbler auch gesehen. Ja. Aber natürlich ganz bewusst. Aber es ging halt eher dahin, was wir dann in den folgenden Filmen auch zu sehen bekommen. Und haben ja noch mal ein lecker bisschen mit Rogue One. Da war Vader ja auch super mit seinem Lichtschwert. Das hat mich alles nicht gestört. Also die Action ist eher vom Look her, würde ich sagen. Dieser Viper-Droide, dieser Such-Droide zum Beispiel. Ja, das CGI, da hätten sie vielleicht noch mal einen Monat dran werkeln können. Denn das sieht hier und da ein bisschen zu poliert aus. Nicht dieser straighte, polierte Look vom Imperium. Sondern es hat zu sehr geglänzt. Es sah so ein bisschen zu sehr nach CGI aus, leider. Ja, das ist aber generell so ein bisschen durchwachsen auch in der Serie. Also manche Sachen sehen schon gut aus. Keine Frage. Ich meine, es ist ja, Christopher, wie hattest du es so schön gesagt, es ist Disney halt. Und manchmal ist es, also manchmal sieht es aus wie Kino, manchmal sieht es aus wie TV. Also vor allem, vor allem ganz negativ ist mir das aufgefallen, dass in der letzten Folge, wo Obi-Wan halt aus seiner Höhle geht und einem dann auch wieder so leiseweinend einfiel. Ach ja, er hatte ja eigentlich mal ein Haus oder was. Das sah einfach, das sah einfach so nach Studio und Kulisse aus oder einfach nach Stagecraft. Und das ist, das ist auch eine Schwäche. So toll diese Stagecraft-Technologie aus The Mandalorian auch ist und die ist ja wirklich revolutionär, muss man ja sagen in Hollywood aktuell. Die stößt hier vor allem in so Höhlen-Szenen wirklich an ihre Grenzen leider. Ja, das ist die Frage, haben die wirklich die gleiche Technologie benutzt? Ja, haben die. Weil ich kann das nicht glauben. Weil der Unterschied zwischen Mando und dem hier ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die haben in Mando es geschafft, mit diesen LED-Hintergründen, dich erfolgreich zu täuschen und glauben zu lassen, da wurde etwas draußen gedreht und obwohl es alles im Studio gedreht wurde. Halt diese eine Folge in Mando Staffel 2, wenn Grogu Kontakt aufnehmen soll in diesen Ruinen des alten Jedi-Tempels. Ja, ja. Das sieht aus, als wären die irgendwo draußen auf einer Wiese. Ja, und der ... Ich hab's das abgekauft. Der Jedi-Tempel sieht einfach nur aus wie ein völlig x-beliebiger Steinhaufen beziehungsweise das übrig ist. Also, das war, das fand ich sowas von einfallslos. Also, weil du denkst dir dann so, ja ... Ja, der Punkt ist aber, der Punkt ist aber der, es sah wirklich so aus, als wären sie irgendwo draußen gedreht. Ja, ja, natürlich. Hätten was draußen gedreht, ja. Ja, das lass ich der Serie auch, ja. Und da hätte ich halt geglaubt, dass die in Obi-Wan einem die Illusion von Hintergründen und so weiter genauso täuschend echt präsentieren können. Und da war ich sehr ernüchtert, dass die das nicht geschafft haben und dass das so aussah. Deswegen hab ich mich echt gefragt, war da wirklich die gleiche Abteilung von ILM am Werk oder waren da irgendwie andere? Das ist eine gute Frage, ja. Also, man kann ja Disney, Star Wars durchaus einiges vorwerfen. Aber was man eigentlich nie bemäkeln konnte, ob es jetzt bei der Sequel-Trilogie war oder selbst bei so was wie Solo, das CGI ist immer top gewesen. Und bei Solo, ich mein, der hatte ja, glaub ich, sogar eine Oscar-Nominierung für Effekte. Und er hätte die auch wirklich durchaus ... Also, er hätte die Auszeichnung durchaus verdient gehabt. Weil, man muss bedenken, die haben ja 80% des Films neu gedreht und hatten echt eine gute Zeit. Und es sah wirklich gut aus, dass der ganze Film insgesamt zu dunkel war. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber da haben sie wirklich abgeliefert. Und man fragt sich ja an einigen Stellen einfach, was hier los gewesen ist. Und ich kann's mir nur halt erklären, an einigen Stellen halt, ja, mit erschwerten Drehbedingungen unter Corona. Beziehungsweise, dass Deborah Chow vielleicht eine ist, die sich da nicht so gut dran anpassen konnte womöglich. Das können gut sein, ja. Was das angeht, ist es irgendwo ernüchternd tatsächlich. Das muss man leider sagen. Auch im Nachhinein ... Also, die Action in Folge 5 und auch 6 mochte ich durchaus. Also, vor allem den Kampf mit Vader halt. Also, wo Vader ohne Klinge kämpft und mit den Händen, mit der Macht Riva abwehrt. Das fand ich Hammer, wirklich. Also, so was hab ich noch nie gesehen. Ja, das ist das, was ich an Star Wars generell dann so mag. Wenn jemand mit den Fähigkeiten, die Star Wars Charakteren geben kann, dann Dinge zeigt, die man noch nicht gesehen hat. Oder noch nicht so krass gesehen hat. Das ist einmal dieser mit der Hand auf den Boden und die Erde aufreißen. Da ist mir die Kinnlade runtergefallen. Das fand ich mega. Und das ist im Endeffekt wie so ein kleiner ... Deine Ultimate in einem Rollenspiel, weißt du? Das ist einfach richtig cool. Und, ja, so was wie halt Rian Johnson in Episode 8 gemacht hat, halte ich für das Beste, was man so über die Macht zeigen und erfahren kann. Und auch über den Kampfstil der Jedi. Lassen wir dabei ... Wir lassen Episode 8 jetzt raus, ja. Diskutieren nicht drüber, ob man den mag oder nicht. Aber das, was Rian Johnson da gezeigt hat, ist für mich überragend, was die Macht angeht. Und das Gleiche jetzt auch mit dem Nutzen der Macht. Das ist super. Die Serie hat mir so viel gegeben, dass ich über ein paar CGI-Schwächen oder vielleicht irgendwie Pappwände oder was darüber hinwegsehen kann tatsächlich. Also wenn die Serie aus meiner Sicht wirklich was richtig gemacht hat, und da hat sie mich wirklich überrascht, weil man dachte so, ja, Disney-Plus-Serie, ist ja wahrscheinlich irgendwie ziemlich ... muss ja irgendwie schon massentauglich und gut konsumierbar sein, ist sie ja irgendwo auch. Aber ich war dann doch spätestens in Folge 3 echt platt, wie rabiat und kompromisslos die gemessen an der FSK 12 Vader umgesetzt haben. Mhm. Hm, das stimmt. Also man kann der Serie viel vorwerfen und Deborah Chow sicherlich auch, aber Vader haben sie getroffen. Ja. Also der ist hier entfesselt, wirklich. Ja, das fand ich sehr, sehr gut. Sie setzen das nahtlos fort, was du am Ende von Rogue One gesehen hast. Also irgendwie, da scheint Disney großen Wert draufzulegen, dass diese Ikone hier, dieser Bösewicht, der unverkennbar ist, auch eben wieder seinem Ruf gerecht wird. Wo doch ständig immer darüber gesprochen wird, dass Disney die Originalkarakterer entzaubert oder eben sogar zerstört, wenn wir uns die Sequel-Trilogie ansehen. Aber Vader, den pushen die hoch und powern den ab wie nichts. Das ist schon bemerkenswert. Ja, und sie haben hier wirklich auch, also diese Szene da in der dritten Folge, wo er da wirklich durch das Dorf marschiert und die Leute links und rechts mit der Macht kalt macht, das hat mich nicht losgelassen. Ja, Alter, das war heftig. Ja, das stimmt. Das hat ja nochmal, ja, das kratzt wirklich an den FSK, weil es war einfach nur ein Abschlachten. Ja, Killing for Spore. Wirklich, ja. Ja, ja, genau. Ich meine, der tötet an einer Stelle ja, ich weiß nicht, ich hab's nur nochmal angesehen, aber ich glaube, der greift sich wirklich ein Kind und zerquetscht ihm vor den Eltern das Genick oder was, mit der Macht natürlich. Ja, ja, einfach nur mit so einer Handumdrehung einschleift er doch irgendwie so hinter sich her, ne? Genau, genau. Ja, das ist schon, das ist schon heavy, ey. 1-1 fand ich auch krass. Da ist so eine Stelle, da haben sich irgendwelche vor ihm versteckt hinter so großen Behältern oder so und die schiebt ja auch einfach so beiläufig beiseite und killt die auch, ey, das ist wirklich Vader-Wahnsinn. Genau, dieses, das, was Anakin so ausgemacht hat oder ihn auch dann hat böse werden lassen, das führen sie hier immer noch gut fort, weil auch Anakin hat ja niemals abgeschlossen mit dem, was ihm passiert ist. Ist ja auch immer noch so ein bisschen im Zwist, im Zwiespalt, auch mit dem Emporator, ist es ja immer so ein bisschen nah, bist du jetzt eigentlich irgendwie wieder ein bisschen schwächer geworden oder nicht? Nö, nö, Meister, Imperator, alles gut. Und das gepaart mit dieser unfassbaren Wut und diesem, ja, auf nichts achten wollen und einfach nur siegen und zerstören, was auch immer, seine Wut ausleben wollen, das haben sie hier wirklich echt ordentlich zur Geltung gebracht. Das war eine schiere Zerstörungswut und Hass. Also da ist mir persönlich auch nochmal bewusst geworden, weil die Folgen Mandalorian, die ich deutlich besser fand als manche andere, die hatten für mich halt, also Star Wars wird für mich immer irgendwie besser, habe ich festgestellt, so mit den Jahren, wenn die anfangen mit Genre zu spielen. Und bei Vader kam ja hier wirklich, also klar, Vader ist bedrohlich immer gewesen, aber meine Güte, er hatte das ja wirklich schon anleihen von, weiß ich nicht, das hatte schon was von Jason Voorhees oder so. Also wirklich schon richtig in die Horror-Richtung. Also das habe ich auch einfach vergessen. Das stimmt. Dass man Vader mal so inszenieren kann. Und ich sage es dir nochmal, ich wünsche mir seit Folge 3 eine Vader-Serie. Immer noch. Das wäre tatsächlich ziemlich cool, weil es gibt eine extrem geile Comic-Reihe zu Vader, wie er dann rausfinden will. Wer hat den Todesstern zerstört und dann treffen Luke und er sich und bla. Und der Imperator zweifelt und der Imperator hat noch andere, die in Frage kommen, vielleicht Vader zu ersetzen und so. Ganz, ganz viel coolen Scheiß. Und man kann ja spinnen, was man will. Okay, so, das kann man ja, wenn es gut ist. Das wäre wirklich ziemlich cool. Und ich habe so ein bisschen die Texas Chainsaw Massacre auf Netflix, der neueste, im Bus die Szene. Habt ihr den Film gesehen? Ja. Ja, wenn er durch den Bus säbelt, das war so ein bisschen für mich das, was Vader da mit den Leuten gemacht hat. Ja, nee, das war wirklich doch recht brutal, ja. Ja, oder wie die Bahn zuletzt in The Sadness. Die U-Bahn-Szene, aber naja, gut. Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob eine Vader-Serie jetzt funktionieren würde, aber ich muss dazu sagen, ich habe jetzt auch die letzten Tage, ich habe einen YouTube-Kanal entdeckt, auf den ich immer mal wieder so gekommen bin in den letzten Jahren, Star Wars Stories. Mhm, kenn ich. Auch wenn der mit extrem starken österreichischen Dialekt, glaube ich, spricht. Da hat der so Videos, wo der halt diese Comic-Reihe, glaube ich, auch nacherzählt. Und das klingt wirklich, wirklich geil. Also, wenn sie das als Vorbild nehmen würden und da vielleicht auch noch ein bisschen eigenes was zu geben, dann könnte das was werden. Aber lass uns auf eine andere Figur kommen noch, die ja auch ein Zankapfel der Serie ist und ja auch extra dafür hinzu erfunden wurde, nämlich Reva. Wo es ja auch im Moment starke Gerüchte gibt, dass die ein eigenes Spin-Off bekommen sollte. Ja, wie denkst du über die Figur und deren Geschichte in der Serie? Ich war am Anfang ganz kurz irritiert und konnte sie nicht einordnen, weil sie mir so ein bisschen, irgendwie hat sie mich kurz genervt und dann habe ich so gemerkt, wo sie mit ihr hinwollen. Also, Star Wars ist ja auch immer viel mit Symbolik und wenn die Inquisitoren immer ihr Lichtschwert auf dem Rücken tragen, sie es aber immer am Gürtel trägt. So, das hatte auch schon was zu bedeuten. Dann fand ich es wieder ganz interessant, weil sie ist auch voller Wut, sie ist voller Hass, sie ist schwer zu steuern, ebenso wie Anakin schwer zu steuern war für den Jedi-Orden. Allerdings hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es tatsächlich so positiv ausgeht für sie. Das hätte ich nicht mit gerechnet, aber ich fand es gut. Ich mag die Inquisitoren, die finde ich cool und ich bin froh, dass sie nicht wie in Rebels helikoptermäßig mit ihren Doppellichtschwertern geflogen sind. Oh Gott. Ja. Wirklich froh. Also, das hätte auch ich mit meiner Liebe zu Star Wars nicht erklären können und schön reden können. Ich fand sie gut. Vor allem fand ich auch gut, dass es irgendwann rauskommt, alles klar, jetzt, wir wissen, was sie vorhat. Sie jagt nicht Obi-Wan. Sie jagt Obi-Wan, um Vader näher zu kommen. Und das fand ich gut. Mir hat sie tatsächlich am Endeffekt gefallen. Ja, also für mich ist die Figur noch mal so ein bisschen gewachsen. Zwischendurch war ich so am Zweifeln, wo sie jetzt genau mit der hinwollten. Ja, es war bei mir am Anfang so auch, genau. Aber es hat vieles im Nachhinein dann schon Sinn gemacht, wobei ich mir dann schon die Frage gestellt habe, ja gut, sie will halt an Vader herankommen, aber sie ist ja eigentlich da schon in Vaders Umfeld. Also, wozu diese ganze Mission und was für mich halt auch überhaupt ... Das fände ich mal spannend, weil wir haben uns wirklich die Frage gestellt beim Finale jetzt, was jetzt eigentlich ihr Antrieb war, Luke zu töten. Ja, das habe ich nicht verstanden. Das ist im Endeffekt ... Also, sie ist ja die Einzige, die ja tatsächlich von diesen beiden Kindern jetzt weiß. Und sie wollte erst mal ... Sie war so voller Wut und voller Hass. Und hat dann gedacht, sie schafft jetzt das, dass sie noch stärker wird als Vader. So, sie macht jetzt so weiter, sie will ihn übertreffen. Das ist so ein bisschen das, wo sie vom Hass geleitet wurde, glaube ich. So, ich verstehe das. Das ist so ein bisschen komisch, dass sie plötzlich sagt, okay, Junge, ja, den mache ich platt. Aber sie wusste ja, dass der wichtig war. Und auch für Obi-Wan wichtig war. So, und dann hat Obi-Wan es halt dann doch geschafft, sie irgendwie mal wieder mit Worten, so wie sie es ja auch geschafft hat, dass sie gegen Vader dann tatsächlich kämpft. Dass sie dann doch nicht Böses tut, weil sie dann einsieht, sie ist nicht jemand, der Vader dann übertrifft, sondern sie ist jemand, der dann wird wie Vader. So, ne, mit diesen Flashbacks. Und dann sieht sie in dem Kleinen dann den Jüngling oder sich selbst ... Ja, 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 ja. Genau. Was sich mir halt nicht erschlossen hat, warum sie überhaupt aufgrund dieser Nachricht ... Also, wie ist sie auf die Idee gekommen, dass die Kinder, die da erwähnt werden, ja nur Vaders Kinder sein können? Also, das ... Wo hat sie das Wissen her? Ich weiß nicht, ob sie das weiß. Was sie auf jeden Fall noch wusste, und sie war ja immer noch vom Hass zerfressen, wie es ja so vielen dort geht, wenn sie sich nicht entscheiden können, gut oder böse. Ganz am Anfang hat sie ja Owen Lars getroffen und hat ganz, ganz genau gewusst, okay, der verbirgt irgendwas. Der Typ ist so tough und irgendwas weiß er. Und dann hat sie das in der Nachricht halt erfahren und das dann noch mal hin, um sich selber auch zu bestätigen. Aber das ist so ein bisschen was, wo ich sage, ja, ist schon richtig, dass man da nicht unbedingt ... Jetzt hätten sie vielleicht mal eine Minute noch ausschmücken können. Ja, vor allem dann auch vielleicht sie, ja, doch gefühlt ihr Ableben in der Serie überlebt hat und dann wirklich quietschfidel dann plötzlich auf Tatooine steht. Also ich meine, die hat ja nicht mal ein Loch durch die Kleidung, gar nichts. Ja, doch, sie hatte da was drum. Ja? Doch, sie hatte was drum. Okay. Das ist ja das, was Owen Lars dann auch aufgefallen ist. Deswegen konnte er ihr ja eine Minute länger standhalten. Da hat diese was drum. Ja, das ist richtig. Das natürlich erst mal seltsam ist, aber es ist wie immer, die dunkle Seite der Macht ist halt nicht ... Also sie ist erst mal, wirkt sie kraftvoller und stärker, weil die durch ihren Hass, den sie dann entwickeln, so einen Überlebensstrieb bekommen. Ist ja mit Darth Maul, da haben sie ja auch zurückgeschrieben, der wurde zerteilt. Ja, ja, ja. Qui-Gon wurde erstochen, direkt verbrannt. Hätten sie vielleicht noch mal gucken können, ob er nicht noch lebt. Nein, ist natürlich Quatsch, aber das ist, finde ich okay, weil die dunkle Seite kann das. Die ist dazu in der Lage und ein Jedi gibt sich dem dann halt hin. Und es wird dann eins mit der Macht, das schaffen die Sith ja nicht. Obwohl sie ist ja kein Sith, aber ... Hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Anatomie zu tun. Weil Qui-Gon ist letzten Endes immer noch ein Mensch und da eine Stichwunde, da kann die Macht vielleicht auch nicht viel machen und Darth Maul ist kein Mensch, deswegen konnte man es mal erklären. Seine Rasse kann das vielleicht überleben, in der Mitte durchgeschnitten zu werden. Ja, natürlich, natürlich. Ja, oder auch hier der Großinquisitor. Stimmt, der wurde auch ... Gott, es wurden ganz schön viele Leute erstochen in Star Wars. Ja, obwohl der Großinquisitor auch so eine verschenkte Figur ist, weil ... Also da habe ich wirklich das Gefühl, der ist hier nur drin, weil, oh ja, remember him from Rebels, weil so wirklich viel zu tun hat er nicht und auch ihn zurückzubringen war irgendwo witzlos, weil, ich meine, er hat dann in der sechsten Folge vielleicht eine Dialogszene mit Vader und war dann nie wieder gesehen in der Serie. Ja, genau. Und in der fünften, ne? Als er dann wieder Großinquisitor ist. Genau, genau. Das fand ich verschenkt. Wenn man Rebels kennt, ja klar, natürlich, wenn man Rebels kennt, weiß man, das war's nicht, weil er lebt ja noch in Rebels. Ja, da ist er ja auch schon mal irgendwie zurückgekommen, oder was, das hatte ich auch noch mal Videos gesehen. Die Spezies von dem, die hat zwei Mägen anscheinend. Also damit kann es wohl auch zusammenhängen, dass der überlebt hat. Aber bei Reaver ... Aber das ist halt wieder so was, da braucht man auch nicht ... Ich finde, das muss man auch nicht zerdenken, finde ich. Ja, also es kommt drauf an, womit ich halt immer ganz große Probleme habe, wenn du halt einen Bruch mit der inneren Logik hast. Wenn halt eine Regel aufgestellt wird und dann bricht der Film oder die Erzählung die selber. Dann wird's einfach schwierig. Zum Beispiel auch dann hier in der letzten Folge, da ist ja mit dem Pfad, das wirkt da auch nicht so wirklich zu Ende gedacht, weil dann dachte ich mir sehr, okay, gut, Vader jagt jetzt Obi-Wan hinterher und was ist dann jetzt mit dem Sternzerstörer und dem Pfad? Das wird ja irgendwie dann nicht zu Ende erzählt und dann nach hinten raus ist alles gut. Welchen Pfad meinst du jetzt? Diese Organisation einfach, mit der die da flüchten. Also die hieß ja der Pfad. Ach so, quasi die angehenden Rebellen quasi. Genau, richtig. Ja, ja. Nein, das ist ja das, was Obi-Wan wusste, ne? Das setzt er sich ab, dann ist Vader einfach gewillt, dem hinterher zu fliegen. Ja, ja, nur was macht dann der restliche Sternzerstörer? Also das verschwindet ja komplett aus der Handlung. Ach so, ne, die Devastator, das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja sein Schiff, das ist, die können ja nicht einfach mit Vaders Schiff, das ist ja sein Sternzerstörer, die Devastator heißt die, das gehört, die gehört ihm, so und darüber verfügt er. Und wenn die sagen, du bleibst jetzt hier, dann bleibt der Sternzerstörer hier. So, das ist einfach so. Wenn du mit meinem Auto fährst und ich mit dem Beifahrer und ich springe und sage, ja, halt mal kurz an, ich muss an der Tanke noch was holen, fährst du ja auch nicht mit meinem Auto weg. Ne, ne, das ist klar, weil ich meine, sie lassen ja die einfach entkommen oder was auch immer. Also das fand ich so ein bisschen ... Ja, das ist völlig dumm, weil Vader, genau, weil Vader das aber, weil der so voll Hass zerfressen ist und sich rächen will. Ja, ja. Also ich meine, das passt ja auch immer in seinen Charakter, dass er dann so auf irgendwas forciert ist. Also das hat ja diese Rückblende dann auch in der fünften Folge, die ich ja ziemlich großartig fand, noch mal illustriert. Wobei das da auch ... Also ich meine, es war ja schön, auch Hayden Christensen wiederzusehen, aber da ist halt auch wieder die Frage, warum haben sie ... Ich meine, Disney ist ja mittlerweile ... Das ist ja mittlerweile fast schon zum Markenzeichen geworden bei Marvel und was weiß ich, dass sie dieses De-Aging benutzen und also, dass sie Hayden Christensen da ausgenommen haben und dass sie ihn wirklich mit über 40 hier anpreisen, als in einer Szene, wo er ja 18, 19 sein soll. Also das war auch schon komisch. Also Hayden Christensen sieht unfassbar jung aus, finde ich. Immer noch. Also er sieht nicht aus wie 40 oder drüber. Das kommt dazu, das ist das Glück der Serie. Und ich glaube tatsächlich, also der hat ja auch so viel, durch seine Rolle als Anakin, so viel Hass abbekommen oder so viel Hate abbekommen. Ich glaube, ich finde es gut, dass sie ihn nicht verjüngt haben. Einfach auch ausgespeckt zum Schauspieler. Sie haben ihn jung geschminkt, das hat man gesehen. So ein bisschen die Schatten, die Falten heller geschminkt und so. Für mich ist das einfach ein Zeichen von Respekt. Und ich finde das gut. Ja, wirkte auf mich tatsächlich einfach unfreiwillig komisch. Ich meine, ja, weil bei Marvel haben sie es wirklich mit allem gemacht. Sie haben es mit ihrem Zugpferd Robert Downey Jr. gemacht. Sie haben es mit Leuten gemacht wie Michael Douglas. Ja, stimmt. Und etc. Ja, es ging, es ging, es ging. Von daher, ich meine, Respekt, sie haben es mit Toten gemacht. Ja, ja. War da der Respekt. Sie machten es mit Carrie Fisher und Peter Cushing. Also, ich hätte kein Problem damit gehabt, wenn sie ihn verjüngt hätten. Aber ja, bei ihm, gerade, das ist ja das Komische daran, wie du gesagt hast, Hayden Christensen sieht nicht aus wie 40. Absolut nicht. Hat sich sehr gut gehalten. Gerade deswegen wäre es kein großer Akt gewesen, hier und da digital ein bisschen ihn jünger wirken zu lassen. Da wäre ja nicht viel nötig gewesen. Und das ist eh deswegen die Frage, warum haben sie es nicht gemacht? Ja, gute Frage. Also, stören tut es mich nicht, aber warum, das ist einfach meine Erklärung. Also, mich hätte beides nicht gestört. Ja, mich hat es tatsächlich so ein bisschen rausgerissen, tatsächlich. Also, ich fand es jetzt auch nicht verweislich schlimm, aber ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, warum sieht das jetzt so komisch aus? Und warum wirken er und Hugh McGregor in der Szene fast, als wären sie gleich alt? Weil während sie es bei Hugh McGregor wirklich richtig gut hingekriegt haben, seinen Look von vor 20 Jahren wieder herzustellen, ist es bei, ich habe es in der Podcast-Folge mit Kenny, habe ich es verglichen mit Orlando Bloom beim Hobbit. Weißt du, da siehst du halt auch, dass der deutlich gereift ist und dass der in Herr der Ringe zehn Jahre vorher oder sogar noch weiter zurück, weil der Dreh, der war ja viel früher von Herr der Ringe, also da siehst du halt auch einen Unterschied. Und das ist dann umso irritierender, weil das eine halt die Vorgeschichte zum anderen ist und das ja auch noch Elben sind. Also, das ist, das ist, aber gut, das gehört jetzt woanders hin. Aber da hat es mich halt irgendwie ein bisschen dran erinnert. Ja, ich weiß nicht, Christoph, hast du noch Aspekte, die du ansprechen möchtest? Ich kann halt nur immer wieder sagen, auch wenn ich die Serie Alles in Allem einen guten Beitrag zum Kanon fand, es hätte ein Film sein müssen. Vor allen Dingen, es hätte meiner Meinung nach ein Film sein müssen, weil wir dann auch quasi so eine nette Spin-off-Trilogie hätten zwischen Episode 3 und 4, die halt wichtige Sachen abhaken. Du hast mit Rogue One die Todesstern-Geschichte, du hast die Han Solo-Einführung, du hast den Obi-Wan-Film, der hätte dann auch Kenobi, A Star Wars Story heißen können. Und dann hätte ich gesagt, gut, dann wäre jetzt mit drei Spin-off-Filmen so der Raum zwischen Episode 3 und 4 gut genug abgedeckt. Und jetzt könnte man sich dann halt mit den Serien komplett auf den Zeitraum zwischen Episode 6 und 7 konzentrieren. Mit Mando, mit Ahsoka, mit Rangers of the New Republic, was ja leider angesagt wurde, was ich aber gerne gesehen hätte. Ja, wird ja wahrscheinlich immer nochmal neu kommen und dann wahrscheinlich ohne Cara Dune, wie heißt sie denn nochmal, die Olle? Gina Carano. Genau, Gina Carano. Ähm, da ist aber eh so die Frage, äh, Till, da gibt's ja auch, also nicht nur, dass ein Reaver-Spin-off kommen könnte, sondern auch, dass das noch nicht alles war. Also, Hugh McGregor hat ja schon gesagt, dass er nochmal Lust hätte, bevor er sich in L.A. Guinness verwandeln sollte. Und wie, wie siehst du das? Also, ansehen würdest du dir wahrscheinlich so oder so, das ist klar. Aber, ähm, meinst du, es gibt doch eine zweite Staffel her? Oder sollte das eine abgeschlossene Miniserie sein, wie es ja angekündigt war? Hm. Boah, das ist immer, ist schwierig. Also, ich würde eine zweite Staffel an sich gut finden, wenn, ja, also, die müssen mir halt, ich kann mir halt im Moment nicht vorstellen, was dann kommen soll. Das ist halt das. Wir haben, wir haben, Vader ist durch. So, jetzt ist aber, jetzt ist vorbei mit Vader. Wenn die sich jetzt nochmal treffen, dann auf Leben und Tod. Und das geht nicht, das wissen wir. Die Frage ist, was könnte mit Luke noch passieren? Das ist das Einzige, was eine zweite Staffel erklären würde, dass mit Luke irgendwas passiert. Ja. So, wenn sie mir das gut erklären, ich wüsste jetzt nicht, was da passieren soll. Ja, keine Ahnung. Also, wenn's gut wird, immer gerne. So, aber ich hab auch schon überlegt, wie eine zweite Staffel aussehen könnte. Bin aber noch nicht zu keiner Lösung gekommen. Keine Ahnung. Ja, also, es ist ja dann wahrscheinlich, wenn dann die Luke-Staffel, das meinte Christopher ja auch schon öfters. Ja, ich weiß nicht, also, für mich wird das nicht funktionieren. Wobei, zumal er jetzt auch gesagt hat, dass er sich ja irgendwie auch von dem Jungen fernhalten und dass der erstmal ein Kind sein soll. Das ist ja, also, das ist ja auch eine Entwicklung, dass er das eingesehen hat, ne, gegenüber Owen Lars. Fand ich ja eigentlich auch eine sehr schöne Szene, auch wenn, ja, gut, der Plot eigentlich, ich mein, Owen Lars, das war so unhold alles. Aber ich weiß nicht, ich will, ich will, ich will keine, A, will ich keine Serie, die nur auf Tatooine spielt und B, ich glaube, wenn sie da jetzt irgendwie Obi-Wan noch ein Abenteuer mit Luke erleben lassen würden, dann wird das halt auch wieder ein zu enges Verhältnis ergeben, was dann nicht mehr so recht passen will zu Episode 4 einfach. Ach, ne, das reißt dann, das reißt dann ein ähnliches Loch da rein, also zumindest aus meiner Sicht, wie mit Leia. Dann ist das einfach nicht mehr glaubwürdig, dass der irgendwie sagt so, ach ja, ob er wohl den alten Ben meint, den ich mal irgendwie nur ein paar Mal getroffen habe. Ach nee, er meint den alten Ben, stimmt, der hat mir vor Jahren bestimmt drei oder vier Mal den Arsch gerettet, als die hinter mir her waren. Und ich hab mich dann, ich, äh, es ist auch nicht so, dass ich mich dann als Kind überhaupt nicht gefragt habe, warum die alle hinter mir her sind und bin ich denn was Besonderes und so weiter und so fort. Ja, genau, das ist das Problem, ja. Ja, ich mein, er will ja auch ständig von diesem scheiß Planeten weg, ne, also, das, das macht dann, also ich weiß nicht, für mich, äh, ich, ich sage nicht, dass, dass man gar keine zweite Staffel machen kann, aber man sollte es einfach so stehen lassen. Also, sie können gern noch mal irgendwas mit Ewan McGregor machen, das ist kein, kein Problem, da möchte ich, von mir aus kann der Obi-Wan noch, äh, ein paar Jahre spielen, was weiß ich, aber eine zweite Staffel brauche ich nicht unbedingt. Ja, ja, vor allem, weil sie jetzt auch in der sechsten Folge haben sie, äh, extra noch mal drauf geachtet, dass immer wenn Reaver ihr Lichtschwert zündet, dass Luke das nicht sieht, dass er nicht mit im Raum ist, dass er ganz woanders ist, weil er sieht ja das Lichtschwert das erste Mal in Episode 4. Ja. Ja. Ja, okay, dann muss Obi-Wan jetzt nochmal Luke retten. Das denke ich auch, dass sie das nicht machen. Ja. 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 Stimmt, oh, sehr, sehr guter Punkt, das wäre ja ein massiver Continuity-Fehler, wenn der kleine, wenn der kleine Luke tatsächlich sieht, wie Obi-Wan Kenobi in Staffel 2 vor ihm mit dem Lichtschwert kämpft und dann hast du diese Szene in Episode 4, hier das Lichtschwert deines Vaters, Wahnsinn, sowas habe ich ja noch nie gesehen, außer diese fünf Male zuvor. Ich will das aber in Rot, so wie die Frau vor zehn Jahren. Ja, ja, genau. In Rot saß, viel geiler. Ja. Das wäre katastrophal, wirklich. Genau. Ja. Und da haben sie darauf geachtet und deswegen glaube ich nicht, dass sie sagen, ja, okay, dann jetzt auf Obi-Wan und Luke. Ja, vor allem war ja Luke auch irgendwo in der Serie nicht mehr als eine Plot-Device, die halt für mich, wie gesagt, so dramaturgisch ein bisschen schwierig war. Ja, und ach, ich weiß nicht, also manche haben da irgendwie geschrieben, ja, weiß ich nicht, dann gibt's da irgendwelche Streitigkeiten mit den Tusken und Obi-Wan muss ihn dann da raushauen, aber muss gleichzeitig auf Distanz zu ihm bleiben. Ach, ich weiß nicht, es liegt aber auch vielleicht daran, dass ich Tatooine als Schauplatz einfach so kackenlangweilig finde. Es tut mir leid, also das kann ich, das mag jetzt hier vielleicht schon ins Nervige abgleiten, aber ich kann diesen Planeten einfach nicht mehr sehen. Und ich finde alle Konflikte darauf zwar nicht uninteressant, aber es ist einfach ein scheiß langweiliges Setting, was irgendwann einfach nur noch faul wirkt. Weiß nicht, und Boba, ey, weißt du, also ich hab wegen Schlag gekriegt, als ich irgendwie auf Twitter gelesen hab, ja, diese ganze Serie soll nur auf Tatooine spielen. Hm, wow, also wir hatten ja nicht gerade Book of Boba, was ja wirklich, weiß nicht, ich hab ja nur die Hälfte der ersten Folge gesehen, und da waren wir schon langweilig. Also nee, und das muss man ja sagen, Obi-Wan hatte ja durchaus jetzt ja mal einige Planeten im Angebot, das waren zwar jetzt auch nicht, wer weiß, wie abwechslungsreich, aber es war wenigstens mal ein bisschen was. Also das mag ich ja generell, wenn man, ich meine, du hattest ja gefühlt eigentlich jeder Folge einen anderen Planeten, ne? Wenn auch immer mit viel Stein, aber ja, hatten wir. Ja gut, das gehört dazu, das müssen sie natürlich als Trope aufrechterhalten. Ja, Christopher, ich weiß nicht, du warst ja letzte Folge noch irgendwie so die Luke-Staffel, also hattest du ja noch so umschrieben, wie du dir das vorgestellt hättest. Hatte ich das? Ja, ich meine schon. Dann muss ich jetzt vergessen haben. Dann war das keine sonderlich gute Idee, die ich da hatte. Also ich meine, das wäre natürlich die Möglichkeit, auf die sie raus wollten, wer weiß, vielleicht verwenden sie dann da den Rest der rausgeschmissenen Drehbücher, was weiß ich. Also ich will hoffen, es kommt keine Staffel, ich brauche auch ehrlich gesagt keinen Reva-Spinoff, die sollen einfach, weiß ich nicht, Obi-Wan darf auch gerne in der Andor-Serie auftauchen, ist mir scheißegal, aber eine eigene Serie brauche ich da wirklich nicht nochmal. Also toll, das ist auch Ewan McGregor nochmal zu sehen, aber da gibt es auch andere Möglichkeiten. Eben. Ein Cinematic Universe nutzt das aus. Überkreuzt Geschichten, lasst Charaktere hier und da auftauchen. Ihr habt diese andere Marke, die mit M anfängt, die machen das ganz gut, lasst euch von denen inspirieren. Oh Mann, okay. Ja, gut. Ich glaube, da kommen wir dann wirklich zu einem Ende. Selbst in unserem Westworld-Cast wurde schon Marvel erwähnt, das ist furchtbar. Ja, da kommst du nicht mehr drüber, also nicht mehr von weg, aber überall. Du hast zu viele Schauspieler einfach, die... Okay, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ende. Was man so als Fazit halt ziehen kann, die Serie ist für mich persönlich weder eine Katastrophe noch jetzt ein Meisterwerk. Sie hat Stärken, sie hat Schwächen, sie hat vor allem vermeidbare und teilweise auch wirklich ärgerliche Schwächen, aber sie hat auch Stärken, die tatsächlich bei mir hängen geblieben sind und die auch, ja, ironischerweise einiges in den Prequels und auch eben in der OT aufgewertet haben für mich. Aber ich weiß nicht, Till, willst du noch was zum Abschluss sagen? Ja, also für mich war das die bis jetzt beste Star-Wars-Serie, gefolgt von Mando, so viel gibt es ja noch nicht. Und mir hat sie wirklich extrem gut gefallen, vor allem, weil Star-Wars war nie dafür bekannt, dass das die feinste Art, die feinste Sorte von Kunst ist mit unfassbar tollen Drehbüchern und der besten Logik. Das war Star-Wars nie, sondern es lebt von der Welt und den Emotionen, die es versucht zu transportieren und das hat bei mir alles geklappt. Ich bin sehr zufrieden, sehr, sehr zufrieden. Okay, gut, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass du hier mit dabei warst, dass es wirklich endlich mal geklappt hat, mit dir über Star-Wars zu quatschen. Gerne, gerne. Und vor allem bedanke ich mich natürlich dann, weil wir jetzt am Ende dieses kleinen, aber feinen Projektes sind und ja unser anderes schon auch nicht nur in Startlöchern ist, sondern das dürftet ihr eigentlich schon hören können, wenn das hier erscheint, nämlich zu Westworld. Aber hier das zu Obi-Wan muss ich mich nochmal ganz klar bedanken bei unseren anderen Gästen, also nicht nur dem Till, sondern auch Werner, Britt-Marie, Sam, Kenny und als letztes hatten wir Torben in der Sendung. Vielen Dank dafür an alle Erwähnten, vor allem auch Danke an unseren Chef Andi, dass wir das Ganze hier machen durften. Es wird sicherlich irgendwann nochmal was anderes zu einer Star-Wars-Serie geben, wobei jetzt glaube ich zu Andor eher nicht so. Ich weiß nicht, also ich werde schon mal reingucken. Die hat allerdings auch glaube ich 13 Folgen und ist dadurch ziemlich umfangreich. Ja, Andor-Abschluss-Cast klingt doch nach was Feinem. Ja, wahrscheinlich eher, weil es ist einfach zu viel drumherum, also das wird ja richtig krass im August mit den Streaming-Wars und ich glaube, wir machen dann tatsächlich eher House of the Dragon, aber zu Andor wird wahrscheinlich nochmal irgendwas kommen. Dann natürlich auch Danke an dich, Christopher. Doch, jederzeit. Danke dir. Dass du mit dabei warst. Du kommst ja noch mit rüber ins andere Projekt, wenn auch dann jetzt wohl erst in Folge 2. Sowieso. Und da weht natürlich ein ganz anderer Wind, da kann man aber, wenn man Westworld schaut und also die neue Folge schon gesehen hat, dann kann man gerne in die Besprechung reinhören mit Patrick und Thilo, die dann hier wahrscheinlich schon erschienen ist. Ja, dann würde ich sagen, klinken wir uns aus und ganz traditionell. Möge die Macht mit euch sein. Vielen Dank und mit euch. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe, es sehr euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.